Hallo zusammen, hier ist wieder der Deutsche Land und wieder für euch in Dragonflight unterwegs. Und zwar wollte ich euch heute wieder so einen kleinen Rufgut präsentieren. Und zwar wollen wir uns heute die neue Fraktion aus Patch 10.2 angucken, die Traumwächter. Bei der bin ich mittlerweile auf der maximalen Ruhmstufe von Stufe 20. Und ja, wie ich das geschafft habe, will ich euch mal erklären. Bevor wir da aber einsteigen, kleiner Disclaimer am Rande. Ich habe nicht diesen Exploit am Anfang genutzt, wo man durchgehend in Raid-Gruppen die Seeds gespammt hat. Das hat der Blizzard ein wenig abgewandelt von der Rufstruktur her. Und anscheinend auch bei einigen Spielern den Rollback vom Ruf durchgeführt. Also sprich, das habe ich nicht gemacht. Ich habe aber ein bisschen anderweitig getrickst, was aber laut Blizzard anscheinend legal ist. Und die ganzen Wege will ich euch jetzt mal erklären. Das Erste, was ich gemacht habe, was ihr vielleicht jetzt nicht mehr so richtig machen könnt, ist, dass ich erstmal mit einem Twink auf Stufe 10 gespielt habe und dann erst den Main die Tokens eingesetzt habe. Ich habe es nicht 100% effizient gemacht, aber so 50% effizient. Was hat das für einen Vorteil? Wenn ihr mit einem Char auf Stufe Ruhm 10 seid, dann bekommen alle anderen eurer Chars auf eurem Account einen Buff von 100% mehr Ruf bei dieser Fraktion. Ich kann das mal hier beim Twink zeigen. Es gibt Wort eines würdigen Verbündeten. Und ihr seht, jetzt sind bei den ganzen Dragonflight-Fraktionen, kriege ich 200% mehr Ruf mit dem, weil der halt einfach nirgends Ruf hat. Das ist irgendein Gammelschar, den spiele ich nie. Aber zum Beispiel reicht er jetzt. Wenn ihr Ruhm 10 erreicht habt, dann kriegen alle eure Chars, bis sie Ruhm 10 auch erreichen, 100% mehr Ruf. Und wenn man jetzt natürlich 20 ist, dann bekommen die bis 10 200% und von 10 bis 20 dementsprechend 100%. Aber Anfang des Patches habe ich mit dem Twink quasi auf 10 hochgespielt und habe dann mit Main, als ich die Tokens eingesetzt habe, 100% mehr Ruf erhalten. Ist natürlich ein ordentlicher Push, weil ich dementsprechend nur 5 Level quasi Ruf farmen muss und dann 10 dafür kriege. Ich habe es nicht 100% effizient eingesetzt. Ihr habt ja gerade gesehen, ich habe zwei Accounts, beziehungsweise sogar mehrere. Und habe die parallel gelevelt und habe mit dem Main schon Ruhm 4, als ich mit dem Twink dann die Tokens eingesetzt habe, um auf Ruhm 10 zu kommen. Also ich hätte jetzt noch 4 Level besser sein können, aber es hat jetzt auch so gelangt. Bloß, dass ihr das ein bisschen einordnen könnt. Das ist jetzt eine Geschichte, die werdet ihr vielleicht nicht mehr machen können, weil ihr jetzt euer Main schon hochgelevelt habt und das flach fällt. Ist aber nicht so wild. Ich zeige euch jetzt einen Haufen Möglichkeiten an Ruhm zu kommen, wo ihr dennoch halbwegs zügig hochkommt, auch wenn ihr jetzt diesen Trick nicht benutzt habt. Genau, das bloß zur Einordnung, dass ihr wisst, wie ich das Ganze gemacht habe. Genau, so viel dazu. Also ihr könnt natürlich auch einen komplett neuen Char nehmen und das machen, aber dafür würde ich eher abraten, macht es lieber auf den Main. Ihr kommt die nächsten Tage, beziehungsweise Wochen eher noch auf den Max Ruhm. Gut, dann erkläre ich euch mal die ganzen Möglichkeiten. Klar, das Erste, was relativ offensichtlich ist, ihr spielt die komplette Kampagne aktuell. Zur Aufnahme des Videos haben wir den 16. oder wenn ihr später guckt, 16. November haben wir. Zufällig auch gerade der Geburtstag, da kommen wir aber gleich noch drauf zu sprechen. Und jetzt ist es so, dass ihr natürlich als allererstes die Kampagne spielt. Aktuell können wir die Kampagne 6 von 7 spielen. Das heißt, für das erste Chapter der Kampagne, das kam ja schon in Patch 10.1.7 raus, da gab es kein großes Ruf-Token. Ich meine, für alle anderen Chapter der Kampagne gab es einen oder gibt es einen Ruf-Token, was 2500 Ruf wert ist. Dieses Ruf-Token setzt ihr am besten dann ein, wenn ihr irgendwie extra Buffs habt. Also die könnt ihr ja erstmal sparen. Und aktuell haben wir den Geburtstags-Buff. Und ja, zur Aufnahme des Videos, gegenteilig zu manchen Informationen, die im Netz rumschwirren, der Buff gilt auf diese Ruf-Token. Da ist 19% mehr Ruf drauf. Bei 2500 Ruf ist es doch eine ganze Menge. Also das solltet ihr auf jeden Fall dann einsetzen. Ich habe einige Ruf-Token schon letzte Woche eingesetzt mit dem Dunkelmond-Jahrmarkt-Buff, waren immerhin 10%. Konntest nicht so ganz abwarten, muss ich sagen. Aber wenn ihr die jetzt noch im Inventar habt, jetzt Dunkelmond-Jahrmarkt, ist natürlich die Zeit, das zu machen. Was natürlich noch optimaler wäre, wenn ihr natürlich, wie ich es eingangs erwähnt habe, einen Twink erst auf 10 haut, falls ihr jetzt mit einem Main noch unter 10 seid und dann die Ruf-Tokens einsetzt. Was ganz gute Idee ist, wenn ihr jetzt kurz vor 10 seid, ihr seid bei 9,99 und setzt das Ruf-Token ein, dann bekommt ihr trotzdem, wenn ihr auf einem anderen Char schon auf 10 seid, die 5000 Ruf bzw. dann noch die 19% drauf und hittet gleich dann 2 Level hoch. Also da kann man auch mal noch so ein bisschen tricksen, dass man große Rufquen kurz vor 10 einsetzt, falls man einen Char schon hat, der quasi den Buff freigeschalten hat. So viel noch am Rande. Dann neben den quasi Kampagnen-Quests gibt es noch einen Haufen Side-Quests. Jetzt ist es so, dass ich euch alle möglichen Spots zeigen kann. Muss ich gar nicht. 99% der Side-Quests starten hier im Lager. Bis auf eine Ausnahme. Und zwar ist die hier oben, die habe ich auch nur zufällig beim Drüberfliegen gesehen, und diese ganzen Side-Quests bringen am Ende Ruf-Tokens. Die haben unterschiedliche Qualität. Manche bringen 250, manche bringen 500, manche bringen 750. Aber solange ihr die komplette Kampagne durchspielt und hier im Lager die ganzen Side-Quests annimmt, die bringen euch mal hier hin, mal hier hin, mal hier oben hin, mal hier hoch. Also da gibt es sehr viele verschiedene, mal hier ins Lager ist auch eine. Die könnt ihr eigentlich nicht verpassen, außer die einzige, die hier oben spawnt. Da kriegt ihr auch keine Quest hingeschickt. Die müsst ihr halt einfach so abholen. Aber sonst viel mehr ist es nicht. Und ja, auch diese Ruf-Tokens könnt ihr quasi am besten dann einsetzen, wenn ihr möglichst viele Ruf-Buffs gestackt habt, um den Ruf dann nochmal ein bisschen zu erhöhen. Genau. So viel dazu. Das ist jetzt das Ganze, was schon relativ offensichtlich ist, würde ich sagen. Dann haben wir noch eine Handvoll Weekly-Quests, die ihr wöchentlich absolvieren könnt. Und ich glaube, das machen wir jetzt am besten hier mit dem Twink. Der hat die nämlich noch nicht angenommen. Und zwar die erste Weekly-Quest, die wir annehmen können, ist einmal hier eine Quest, wo wir einfach nur 1500 Ruf sammeln müssen. Jetzt muss ich mal die ganzen Quests hier wegklicken. Machen wir das mal alles zu. Ich bin schon wieder so ein Quest-Messi. Ich sag's euch, bei dem Twinks habe ich nichts abgeschlossen. So, das machen wir alles weg. Seht, also 1500 Ruf schon mal abschließen. Und dann kriegen wir 500 Ruf. Das können wir jede Woche einmal mit unseren Charme machen. Eine zweite Möglichkeit ist, das Superblume-Event mitzunehmen. Und zwar, naja gut, das hat jetzt gerade schon angefangen. Aber hier oben gibt's eine Quest, die einfach sagt, schließt das Superblume-Event ab. Und wie schließt ihr es ab? Naja, killt halt hier unten den Boss. Wer das Superblume-Event nicht kennt, der startet jede Stunde hier oben. Dann dackelt der Baum, wenn dann rechts oder links rum. Ne, je nachdem. Unten spawnt ein Boss, den haut ihr um. Zusätzlich müsst ihr noch 50 Tau oder 50 von der Währung da vom Superblume-Event erspielen. Das kriegt ihr, wenn ihr einfach auf ein paar Mobs draufhaut. Und sobald ihr das habt, kriegt ihr einen Beutel. Und auch in dem Beutel ist neben Gear 1000 Ruf drin. Und diese 1000 Ruf zählen natürlich auch für den dazu. Da ich meinen Main ja schon höher hab, krieg ich meistens schon 2000 Ruf. Und kann quasi dementsprechend direkt mit den Twinks Superblume-Event machen, Beutel holen. Und dann gleich die nächste Quest auch noch abgeben. Also die zusammen bringst du mal 1500 Ruf. Hier bei der anderen Weekly-Quest, wo man die Samen einpflanzen muss, kriegt man keinen Ruf. Das hab ich jetzt geguckt. Aber die Quest sagt, wir müssen 5 Samen einpflanzen. Da kriegen wir den Beutel. Ich würd die trotzdem mitnehmen, auch wenn ihr kein Gear wollt. Es ist nämlich for free, denn die Samen müssen wir sowieso einpflanzen. Und das zeig ich euch mal, wie das funktioniert. Falls ihr das noch nicht gemacht habt, ihr habt es sicher schon gemacht. Ihr braucht als allererstes diese Dinger hier. Traumsaat. Und ihr seht, ich hab da einen Haufen von, obwohl ich schon viele eingepflanzt hab. Ihr schaut einfach auf ein Map, dass ihr so eine Marktfülle habt. Und dann könnt ihr das Zeug einpflanzen. Jetzt pflanze ich so einen Grün ein, das muss ein bisschen kasten. Wo kriegt ihr die Dinger her? Die können von jeglichen Mobs aus der Zone droppen. Möglichst gut kann man sie farmen, indem man dementsprechend Rares umhaut, das Superblume-Event spielt, Kisten aufmacht. Da sind sie verstärkt drin. Aber sie können auch allen möglichen normalen Mobs droppen. Beziehungsweise es gibt auch noch so eine Smaragd-Fülle, so ein Event, das ihr auf der Map habt. Da kriegt ihr auch immer ganz gut die Sachen. Bei den Samen ist es so, ihr könnt quasi hier verschiedene Sachen machen. Ihr könnt quasi einmal den Samen reinpacken und dann nochmal die Tautropfen reinpacken. Davon gibt es dann verschiedene Belohnungen. Habe ich aber auch schon ausführlich in meinen Mountguides erklärt, beziehungsweise in anderen Videos. Was jetzt interessant für uns hier ist, wenn ihr die ersten 5 Samen in der Woche pflanzt, kriegt ihr für jeden Samen 250 Ruf. Plus halt nochmal Multiplikatoren drauf, die ihr oben stehen habt. Heißt, ihr wollt in der Woche 5 Samen pflanzen, kriegt ihr nochmal 1250 Ruf für die 5 Samen. Für jeden weiteren Samen, den ihr pflanzt und ihr dementsprechend dann hier den Smaragd und dann dementsprechend auch einen Samen reinpackt. Ich meine, ihr müsst auch den Tau hochmachen, kriegt ihr 5 Ruf. Und ja, am Anfang der Expansion konnte man, indem man nur Tau reingesteckt hat, 20 Ruf pro kriegen. Und da haben halt Leute ein bisschen exploited, in Anführungszeichen, weil sie den Tau, den kriegst du dann nachgeschmissen ohne Ende, musste man keinen Samen reinhauen, um Ruf zu bekommen. Und dementsprechend haben das Leute in Raids gemacht. Aber da hat Blizzard anscheinend Rollbacks gewirkt. Und ja, jetzt kriegt es halt nur noch 5 Ruf und man muss aber selber einen Samen mit reinstecken, dass man den Ruf kriegt. Das würde ich nicht empfehlen, weil 5 Ruf pro Ding ist halt schon echt wenig. Den Ruf kriegt ihr übrigens erst, wenn der Timer durch ist und ihr den Samen rausholt. Ihr könnt aber wegfliegen und andere Samen, wie Samen, keine Ahnung, klingt jetzt falsch, aber ihr wisst, was ich meine, und das dann später wieder abholen. Das ist kein Problem, also ihr müsst da nicht warten. Heißt, 5 Samen, A250 Ruf plus Multiplikator, also 1250 plus halt 19% oder wie viel Prozent ihr extra bekommt. Das haben wir auch noch. Dann haben wir natürlich noch sämtliche Worldquests hier, die ihr absolvieren könnt. Ich habe die schon gemacht. Kleiner Bonustipp. Holt euch einen Vertrag. Holt euch den Vertrag Traumwächter und zwar in Rang 3. Dann bekommt ihr 15 Ruf pro Worldquest. Klingt nicht viel, kann sich aber summieren. Es gibt jeden Tag 2 Worldquests, die ihr hier dazu kriegt. Und zusätzlich, was ich empfehlen kann, wenn ihr noch ein bisschen Ruf braucht. Ihr könnt jegliche alte Worldquests machen, die ihr dementsprechend hier auf der Map habt und kriegt für jede 15 Ruf. Klingt nicht viel, aber wenn es 50 Worldquests sind, ich habe heute schon ein paar gemacht, um auf Max zu kommen, ist es einiges. Ihr müsst rechnen, bi-weekly kommen die Worldquests dazu und ihr könnt vielleicht wöchentlich, 100 Worldquests sind drin, das ihr macht, was dann 1500 Rufs sind, beziehungsweise plus Multiplicator und noch ein bisschen mehr. Also da kommt ihr auch auf einiges. Klar, es ist ein Haufen Fitzelarbeit, gebe ich vollkommen zu. Das ist halt so das Maximum, oder wenn ihr das Maximum rausholen wollt, könnt ihr das noch machen. Kleiner Bonustipp. Es sind nicht nur die normalen Worldquests da, die ihr bi-weekly habt, also einmal Mittwoch spawnen die, einmal Samstag spawnen die, sondern ihr könnt jeden Tag in jeder Zone noch eine Pet-Battle-Worldquest machen. Also es ist hier eine Pet-Battle-Worldquest, hier, 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 also in 5 Zonen gibt es jeden Tag nochmal eine Pet-Battle-Worldquest. Jeden Tag gibt es nochmal 2 PvP-Worldquests, wenn ihr den Wormode anschaltet, dann habt ihr nochmal zusätzliche Worldquests mit so Schwerter auf dem Map. Das sind dann, also 5, 6, 7 und dann dementsprechend das 7 Tage die Woche. Also da kommen einige extra Worldquests zusammen, neben den bi-weekly Worldquests, die quasi zweimal die Woche spawnen. Heißt, 100 Worldquests kriegt ihr mit Leichtigkeit in der Woche zusammen, wahrscheinlich sogar mehr, wenn ihr einfach mit dem 15% Buff das mitnehmen wollt. Oder mit dem 15 Ruf Buff, nicht Prozent, genau. Also das ist auch noch so ein kleiner Nebentipp. Dann kommen wir noch zu Kisten. Ich habe hier das Add-on Handynotes, jetzt blenden wir mal alles aus, was wir nicht brauchen, zeigt bereits abgeschlossen. Es gibt Kisten, die bringen Ruf. Und zwar, zum Beispiel die Kiste hier oben bringt 200 Ruf. Da müsst ihr euch neben die Kiste legen, slash sleep oder schlafen, wenn ihr einen deutschen Client habt wie ich. Und dann könnt ihr während ihr schlaft aufstehen mit so einer Traumgestalt und eine Kiste öffnen. Die bringt zum Beispiel Ruf 200. Dann haben wir hier eine Kiste, die müsst ihr einfach nur aufmachen auf so einem Dorn oben. Ich habe einen Video-Guide gemacht zu allen Kisten. Also falls ihr das jetzt ein bisschen zu oberflächlich findet, schaut da rein, da zeige ich, wie ich alle aufmache. Die bringt 200 Ruf. Das ist wieder eine Sleep-Kiste, bringt auch 200 Ruf. Die ist wieder eine Sleep-Kiste, bringt auch 200 Ruf. Da müsst ihr so einen Mob nachlaufen, ich weiß gar nicht, was das war, ein Springen oder so. Der läuft ein bisschen hin und her, müsst ihr zweimal anklicken. Am Ende könnt ihr eine Kiste aufmachen, bringt auch 200 Ruf. Da müsst ihr einfach nur einen Samen aufmachen, oben gibt 200 Ruf. Wo haben wir das? Das gibt keinen Ruf. Hier müsst ihr, ach, das ist so ein scheiß Ding. Da müsst ihr auf so einen Baum rauffliegen, auf so einen Ast, tut mir einen Gefallen, macht das mit einem normalen Flug-Mount. Ich habe das 100 Mal aufgemacht, weil ich diese gigantischen Samen für die Mounds gefarmt habe mit meinen Twings. Tut mir einen Gefallen oder tut euch selber einen Gefallen, fliegt da mit einem normalen Mound rauf. Mit diesem Drachenflug-Mount, diesen kleinen Ast zu treffen, vergiss es. Bringt auch 200 Ruf. Dann haben wir hier unten noch eine, die bringt auch 200 Ruf. Das ist für eine Sleep-Kiste und die bringt keinen Ruf. Ich hoffe, ich habe jetzt alle gesehen. Das Add-on heißt, wie gesagt, Handynotes, müsst ihr Schätze einschalten. Ich habe jetzt bereits abgeschlossene drin, weil sonst werden die nicht angezeigt. Habt ihr natürlich schon aufgemacht, aber ihr braucht eigentlich nur die Schätze anklicken, dann seht ihr die. Oder ihr schaut mein Video an, wo ich das einmal zeige. Genau, so viel dazu. Jetzt bin ich gerade überlegen, das habe ich noch vergessen. Ja, es gibt noch eine weitere Quelle und zwar können wir hier hinten einmal zwei wöchentliche Quests machen. Und zwar, diese Dame hier hat eine wöchentliche Quest, dass sie so Warnlieferung haben will. Ihr nehmt die Quest an und stellt eine Warnlieferung her. Ihr könnt euch aussuchen, was ihr wollt. Ihr könnt hier Fische beisteuern, ihr könnt hier irgendwelche Materialien oder Blumen beisteuern. Das bleibt sich komplett gleich. Ihr müsst halt schauen, was bei euch am günstigsten ist. Ich habe jetzt zum Beispiel diese Juwelen gemacht, braucht man 25 Juwelen. Und dann kann man einen so eine Kiste herstellen. Müsst ihr halt immer ein bisschen nach dem Marktpreis gucken. Ich glaube, diese Preisdaten sind vom Auktionator, meine ich, falls euch das interessiert. Also das ist eine Option. Sie hat zwei Quests. Erste Quest, ihr müsst eine Kiste abliefern, 250 Ruf. Zweite Quest, ihr müsst fünf Kisten abliefern, macht ihr halt genauso, könnt ihr auch hierher stellen. Bringt ebenfalls 250 Ruf. Das ist wöchentlich, heißt 500 Ruf nochmal hier oben drauf. So, jetzt muss ich mal noch gucken. Ich hatte mir noch was aufgemacht, dass ich da nichts vergesse zu sagen. Ach ja, beim Superbloom-Event, beim Endboss, habe ich eine Weile, jedes Mal, wenn ich ihn gekillt habe, 50 Ruf gebracht. Irgendwann habe ich mit keinem Charter mehr Ruf bekommen. Ich kann euch jetzt nicht sagen, ob das gewollt ist, dass man jedes Mal 15 Ruf kriegt, ob das ein Bug ist. Ich erwähne es jetzt mal. Schaut mal bei euch. Haut mal immer mit drauf. Am Anfang habe ich, wie gesagt, jedes Mal 50 Ruf gekriegt, wenn ich diesen Boss getötet habe. Und der spawnte jede Stunde. Ist halt jetzt so die Sache. Irgendwann habe ich es leider nicht mehr bekommen. Gut, Wordquest hatte ich gesagt. Schätze hatte ich euch erzählt. Ah ja, es gibt noch Rares. Nicht alle Rares bringen quasi Ruf. Die ganzen kleinen Rares, die einfach nur ein kleines Sternchen auf der Map sind, wenn ihr vorbeifliegt, bringen keinen Ruf. Es gibt sechs Rares, die Ruf bringen. Und zwar sind es diese großen Rares, die ihr auf der kompletten Map angezeigt kriegt, mit so einem riesen Stern drauf, wo immer Events sind. Da müsst ihr erst irgendeinen Balken füllen und dann kommt der Rare raus. Und die sind auch immer relativ stark. Und als Tank könnte ich die wahrscheinlich eine halbe Stunde lang im Solo runterzergen. Das würde gehen. Aber das ist eine Gruppenaktivität. Die haben, glaube ich, 20 Minuten Leben oder so, Baseline. Und wenn dann viele Leute draufhauen, sogar mehr. Heißt, die kann man auch noch mitnehmen. Es gibt insgesamt sechs Stück, so wie ich es gesehen habe. Hier ist ein Hirsch. Hier unten ist ein Fisch. Das ist der zweite. Dann ist irgendwo hier so ein Affe. Ich meine, hier müsste der irgendwo... Oder war der hier? Irgendwo hier. Aber ihr seht das eh auf der Map, ne? Hirsch, Affe, Fisch. Dann gibt es hier einen Bären. Oben gibt es so eine Feuer-Humanoiden-Druid-Fuse. Dann hier unten habe ich einen Wirbel gesehen. Den habe ich erst ein einziges Mal getroffen. Und ich meine, hier war auch noch mal so ein Elementar. Es kann aber sein, dass das derselbe ist. Und dass das zwei verschiedene Spawn-Punkte sind. Da bin ich mir jetzt nicht sicher. Aber wie gesagt, wenn die bei euch ab sind, dann seht ihr die eh auf der Map. Und da am besten hinfliegen. Die bringen 25 Ruf, wenn ihr sie tötet. Und noch einen Sack mit 25 Ruf, den ihr quasi bekommt, wenn ihr den Sack aufmacht. Also insgesamt 50 Ruf. Ich habe jetzt gelesen, dass die anscheinend täglich sein sollen. Glaube ich aber ehrlich gesagt nicht. Denn wenn ich die einmal getötet hatte in der Woche, dann habe ich die mit dem Twink, der sie nicht getötet hat, noch auf der Map gesehen, mit dem Main nicht mehr. Ich vermute, dass die weekly sind. Und ich habe sie bis jetzt auch nur weekly getötet. Könnt mir ja gerne Kommentare schreiben, ob ihr zweimal Ruf bekommen habt. Ich habe die bis jetzt immer nur einmal die Woche getötet. Und halt quasi, ja, die 50 Ruf pro Mob einmal die Woche mitgenommen. Sechs Stück sollten das im Normalfall sein. Genau. Das dazu. Ich glaube, jetzt habe ich alles erwähnt. Wie gesagt, die Samen könnt ihr theoretisch halt auch noch abfarmen. Kriegt halt dann immer weiter fünf Ruf. Müsst euch halt überleben. Kann man auch im Raid machen. Da gibt es so ein Add-on, irgendwas Seed Plummer oder was, wie das heißt. Ich persönlich habe das jetzt nicht genutzt. Soll aber ganz gut sein, wenn ihr die Seeds farmen wollt. Zum Beispiel in irgendwelchen Raid-Gruppen, wenn ihr das wirklich min-maxen wollt. Übrigens, die letzte oder die Kampagne, die aktuell ist, also sechs von sieben, müsst ihr Führer im Raid töten, um die 2500 Ressourcen zu kriegen. Aktuell ist LFR noch nicht offen. Ich habe das jetzt random im Normal gemacht. Der Boss ist jetzt nicht krass schwer, aber vielleicht ist das für den einen oder anderen eine Hürde, der jetzt vielleicht keinen Raid-Content spielt. Das solltet ihr vielleicht wissen. Ein Kampagnenabschnitt wartet ja noch. Der kommt dann erst nächste Woche. Und mit diesem sollte es dann eigentlich auch nochmal einen Ruftoken geben. Also heißt, wenn ihr jetzt noch relativ weit von 20 weg seid, kein Stress. Ihr habt ja die ganzen Weekly-Aktivitäten, die ihr dann nächste Woche wieder erledigen könnt. Die Worldquests, die jetzt jeden Tag wieder ein paar am Start sind. Und dann vor allem auch noch die Kampagne, die nächste Woche kommt. Dann solltet ihr auf jeden Fall auf die maximale Stufe kommen, wenn ihr das alles berücksichtigt, was ich euch gezeigt habe. Die Geschichte hier mit dem Vertrag und den Worldquests, die wir jetzt hier haben, würde ich sagen, ist optional. Das ist halt wirklich dieses, ich will das Maximum rausholen, neben den Samen, das, was ich persönlich noch als effizienter ansehe, für 15 die Worldquests zu machen. Ihr könnt natürlich auch dauerhaft Samen pflanzen gehen. Gut, dann sind wir von meiner Seite aus durch. Ich hoffe, ich habe nichts allzu Wichtiges vergessen. Sollte noch irgendwas sein, was ich blöderweise vergessen habe, schreibt es gerne in die Kommentare. Hälfte der Community. Und ja, damit verabschiede ich mich an der Stelle. Hat mich gefreut. Euer Tillar, bis zum nächsten Mal. Ciao.